So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammende Sprühdosen in Lagerhallen von Dirty Dogs oder, wo ist die andere, oder in Garagen bei Pleasant Park. Ich werde das Ganze aber hier bei Dirty Dogs machen, weil da war es halt direkt schon, dank iPlayTobi, direkt schon, wo die ersten zwei sind. So haben wir die Aufgabe quasi in einer Runde ganz simpel erledigt und Dirty Dogs ist auch nicht so beliebt bei den Leuten. Also von daher bietet sich das Ganze eigentlich recht zügig an. Das Ganze mache ich im Solo-Modus, denn Gruppenkeile ist immer ein bisschen blöd für die Aufnahme, weil Gruppenkeile hat sich ja jetzt verändert. Die Zone ist ruckzuck da und hier hoffe ich jetzt einfach mal, dass keiner mit mir runterkommt. Ja, einer ist dabei, zwei sind dabei, aber die Sprühdosen sind ziemlich simpel. Ich kann mich überlegen, ob ich nicht erst looten. Oh, vier Leute dabei. Aber wir probieren, äh, er probiert in der Halle zu landen. Also die erste Sprühdose ist schon direkt hier, da, zack, das ist die erste und die zweite. Ja, ihr habt sie gesehen, da rechts war sie. Ach, ich liebe es, wenn die Leute immer, ich will den Kill machen. Ihr wisst selber, wie es ist. Guck mal, warum lässt er die Leute nicht einfach leben? Scheiß doch drauf, die wollen doch nur ihre Sprühdose einsammeln. Mann, 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 Mann. Macht ihr das auch? Jetzt mal ohne Quatsch, schreibt mal bitte in die Kommentare, macht ihr das auch, ja oder nein? Wie gesagt, ihr habt gesehen, wo die zwei Sprühdosen sind. Ich denke mal, ich werde das Ganze jetzt gerade nochmal machen, werde mir die zweite Sprühdose auch noch holen. Und wenn ihr mich supporten wollt, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Und so leicht habt ihr die Aufgabe erledigt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Vielen Dank. Vielen Dank.